Schönen guten Morgen, Richard. Guten Morgen, Markus. Mal wieder leibhaftig. Ich freue mich. Ja, ich mich auch. Wie geht's dir? Ist gut aus? Ja, ja, ganz gut. Ja, sehr gut. Danke. Richard, sag mal, die Folge letzte Woche hat mich noch lange beschäftigt. Dich auch? Ging das auch so? Ja, so zwei Dinge. Man kann sich eigentlich nicht vorstellen, dass das Mullah-Regime wirklich kippt und man kann sich auch nicht vorstellen, dass die Proteste aufhören. Beides kann man sich nicht vorstellen. Das ist, glaube ich, so die Situation, die man gegenwärtig hat. Und ich meine, die Hoffnung bleibt. Weil auch wenn es nicht wahrscheinlich ist, ist die Hoffnung trotzdem stark. Ja, das ist der Punkt. Ich habe neulich, das war im Nachgang irgendwie zu unserem Gespräch, habe ich ein Interview mit Ai Weiwei gelesen. Der war einen interessanten Gedanken äußert und bei dem ich echt ins Krügeln gekommen bin. Der sagte, weißt du, ihr habt nicht verstanden, dass diese Diktaturen, die nehmen sich eure Technik, digitale Technik, Zehntausende, Hunderttausende Überwachungskameras. Der chinesische Staat hat offensichtlich die Absicht, in wenigen Monaten so weit zu sein, dass du innerhalb von zwei bis drei Sekunden jederzeit weißt, wo jeder deiner 1,3 Milliarden Bürgerinnen und Bürger gerade ist. Und es gibt dieses Buch von Adrian Geiges und Stefan Aust über China, in dem sie die Szene beschreiben, wie ein Mann während der Corona-Maßnahmen in Shanghai, glaube ich war es, in der U-Bahn sitzt und sein Handy aushat. Und es besteht der Verdacht, dass dieser Mann einen Kontakt mit jemandem hatte, der Corona infiziert war. Und die sagen ihm, pass auf, wir versuchen den zu erreichen. Der hat sein Handy aus und die merken, okay, wir kriegen den nicht. Der sitzt in der Bahn. Und wenig später klingelt das Telefon seines Nachbarn, den dieser Mann nicht kennt. Und dran ist der Typ von der Behörde und sagt ihm, pass auf, sag mal deinem Nachbarn, er soll mal bitte ans Telefon gehen. Wir müssen hier eine Corona-Geschichte überprüfen, weil die gesehen haben, wer da reingeht in diese U-Bahn, Überwachungskameras, wissen sofort, wer das ist, wissen, wo der sitzt, auch in der U-Bahn, im Waggon und können sofort auf diese Art und Weise zugreifen. Und diese digitalen Werkzeuge, die sind so unvorstellbar mächtig. Das ist der feuchte Traum von Diktatoren, der da gerade Wirklichkeit wird. Und das haben die in Teheran auch. Ja, und weißt du, was das Verrückte ist? Wir haben ja, als diese digitalen Techniken alle kamen und als das Internet kam und so weiter, geschwärmt, arabischer Frühling. Jetzt können sich alle austauschen, jetzt kriegen sie einen Blick überall in die Welt. Jetzt haben sie all die Möglichkeiten und da kann sozusagen eine Gegenöffentlichkeit entstehen, gegen Diktaturen. Wir haben völlig unterschätzt, dass auf der anderen Seite das Machtpotenzial stärker zugenommen hat, als auf der positiven Seite. Das haben wir ganz lange nicht gesehen. Wir haben das Internet als Freiheitstechnik gerühmt. Wir haben die digitalen Möglichkeiten als Freiheitstechnik gerühmt und haben nie gesehen, was auf der anderen Seite passiert. Und das kann man auch schön an dem Beispiel sehen, dass sich die Piratenpartei für so mächtig gehalten hat. Diese kleine Partei. Wir sind die Herren des Internets. Wir verstehen, wie das läuft. Wir werden die digitale Welt besiedeln mit unserer Politik. Und dann kam die NSA-Affäre. Und dann wurde klar, die spielen in einem Sandkasten. Die haben geglaubt, das wäre ihr Internet, das wäre ihre Technologie. Aber sie waren ja eigentlich nur Elbern in diesem Glauben. Tatsächlich gehören diese Dinge immer den Mächtigen. Ja, ist wahr. Und das ist etwas, was da Wirklichkeit geworden ist. Ich glaube, wir überblicken das noch nicht mal ansatzweise. Hast du das gesehen, wie David Bowie dieser Tage ging überall viral? Selbst mich hat das erreicht. David Bowie, der in einem Gespräch, wann war das? Ende der 90er, von einem Journalisten befragt, auf die Frage, was denn dieses Internet ist, sagt, das ist etwas, davon machen wir uns keine Vorstellung. Und der Typ sagt, nee, das ist doch einfach nur ein anderes Liefersystem für Information, eine andere Form von Journalismus. Eigentlich sozusagen ein anderer Vertriebskanal für Nachrichten, für News. Und David Bowie sagt, das hast du nicht verstanden, mein Freund. Das ist so, als wären Aliens auf der Erde gelandet. Irre. Der hat das in einer Klarheit gesehen, die ich beeindruckend fand. Ja, also ich glaube ja tatsächlich, dass diese digitale Revolution unsere ganze Gesellschaft karnevalisiert. Also karnevalisieren im Sinne von ummaskieren, umnünzen und so weiter. Aber eben nicht einfach nur lustig. Nee, genau. Sondern, dass das tatsächlich so ist. Und wenn wir heute darüber sprechen, dass wir das Gefühl haben, dass unsere westlichen Demokratien instabiler sind, als sie vor 30, 40 Jahren und so weiter waren und uns fragen, woran liegt das eigentlich? Dann spielt natürlich die digitale Revolution da eine große Rolle. Nicht so monokausal, dass das jetzt schlecht und böse ist, sondern Machtverschiebungen, Akzentverschiebungen und so weiter. Das heißt also so die Bausteine, aus denen unsere Demokratie, unsere Öffentlichkeit und so steht, die werden alle umgemünzt. Ja, ist richtig. Und für diese neue umgemünzte Situation, da haben wir keine Mitte bisher gefunden. Ja, das haben wir irgendwie nicht richtig im Griff. Zum Beispiel, dass wir heute Menschen haben, die wahrscheinlich 50 Prozent ihres Lebens in Fiktionen oder im digitalen Raum unterwegs sind. Ja, die also in dieser Gesellschaft Abwesende, Anwesende sind. Ja, weil sie gerade in Serien sind oder irgendwo anders da sind und so. Das sind ja alles Dinge, an die hat nie jemand gedacht, als die parlamentarische Demokratie erfunden wurde oder die Volkssouveränität. Richtig. Das hinterlässt aber Wirkungen, das verändert Menschen. Das war. Das Ausmaß der Individualisierung, das sich dadurch fortgesetzt hat. Dass jeder sich also in einem unüberschaubaren Supermarkt von Lebensweisen, sein Segment und seine Freunde irgendwo raussucht in einer globalen Gemeinschaft. Seine Religion to go bastelt sozusagen. Seine Spiritualität to go. Heimwerker des Glaubens geworden sind in religiösen und nicht religiösen Fragen. Und auf alles das sind wir überhaupt noch nicht vorbereitet. Also wahr. Und ich glaube, vieles von dem, was wir jetzt erleben, ist so ein Zeichen dieser Überforderung. Die Technik ist einfach schneller als unser Bewusstsein. Bewusstsein. Und es ist schneller als unsere Anpassungsfähigkeiten. Ja, und dieses, ich glaube, da gibt es auch, ich glaube, Johannes Hepp heißt der Mann, ein Psychoanalytiker aus München. Der hat ein tolles Buch gemacht, muss ich mir nochmal in Ruhe ganz zu Gemüte führen. Der sagt, es gab so verschiedene Stufen von Demütigung. Kopernikus war die erste. Ja, das sind die klassischen Freud'schen Demütigungen. Genau. Kopernikus die erste, Darwin die zweite. Und Darwin die zweite, also dass wir eigentlich nur ein weiterentwickelter Affe sind. Und freut die dritte, dass unser Unterbewusstsein oder Unbewusstes uns regiert und nicht unser Verstand. Genau. Und die vierte neu im Programm, so hat er das definiert, dass unser iPhone mehr weiß als wir selbst. Und besser ist als wir selbst. Und das macht was mit uns. Deswegen, ich habe auch das Gefühl, dass diese ganze aufgeregte Diskussion um die Frage, ob Elon Musk jetzt Twitter übernehmen darf und ob das die Demokratie gefährdet und was das eigentlich mit uns macht, das ist genau Ausdruck dieser Unsicherheit, die wir gerade da beschreiben. Und ich glaube, wenn David Bowie heute leben würde, würde er prognostizieren, dass spätestens in acht Jahren Elon Musk die USA regiert. Ja. Dass er dann der Präsident sein wird. Hältst du das für möglich? Ich kann das nicht einschätzen. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Sagen wir mal so, ich halte es für denkbar. Richard, weil wir gerade eingangs über Iran gesprochen haben und über die Art und Weise, was wir für Instrumentarien, was für einen Instrumentenkasten wir plötzlich zur Verfügung haben. Ich wollte mit dir heute sprechen über zivile Ungehorsam. In aller Munde. Deutschland diskutiert ja über die Frage, was da eigentlich passiert. Seit am 23. Oktober Kartoffelbrei und ein weltberühmtes Gemälde von Monet, der Heuschober plötzlich eine Einheit bildeten in Potsdam. Wie schaust du da drauf? Ich sage dir nur mal ganz kurz Mojiblativ. Er hat einen schönen Satz dazu gesagt. Die Art und Weise, also der Klimaforscher, wie es jetzt bei der letzten Generation geschieht, was die da machen, schreckt viele Menschen ab. Und wir werden einen ambitionierten Klimaschutz nur dann hinbekommen, wenn wir breite Schichten der Bevölkerung dafür gewinnen. Auf bayerisch klang die Reaktion, du hast es schon gehört, wir müssen eine Klima-RF verhindern. Also das ist die Bandbreite der Reaktionen. Wobei man sagen muss, das Bild ist hinter Glas. Eben. Und das macht die Aktion weniger verbrecherisch, aber umso alberner. Albern. Ja, es ist ja dann irgendwo so ein bisschen albern. Also dieser Gedanke ist ja ganz grundsätzlich nachvollziehbar, dass man sagt, wenn alles zu langsam geschieht an Maßnahmen gegen den Klimawandel und so weiter, dann muss man stärker auf sich aufmerksam machen. Also bis dahin kann ich folgen. Die Art und Weise, wie man das macht, wie jetzt hier diese Kartoffelbreinummer und sowas alles, die haben halt was Albernes und die haben halt diesen wahnsinnigen Nachteil, dass sie viele Menschen, die nur darauf gewartet haben, der Klimabewegung üble Gesinnungen oder üble Methoden anzudichten, und dass die jetzt dermaßen beschädigt werden. Und wenn Alexander Dobrindt, man muss ja sagen, sich wirklich nicht entblödet, da also von Terrorismus zu sprechen. RAF. Ja, RAF. Also die RAF war eine Bande von Gesinnungsfreunden, die zahlreiche Menschen umgebracht, entführt und umgebracht haben. Und das hier zu vergleichen auf dieser Ebene, das ist absurd bis zum Gehtnichtmehr. Aber es zeigt, ich glaube, dass es so bei manchen Leuten ein großes Bedürfnis gibt, dass man ja nie was in der Hand hatte gegen die Leute Fridays for Future und die Klimaaktivisten, weil die ja auf der guten Seite stehen. Zu sagen, ihr seid auch nicht alle Gute unter euch, sind fürchterliche Verbrecher. Da gibt es ein großes Bedürfnis. Weißt du, was mich daran aufregt ist, natürlich kann man sagen, das war hinter Glas. Aber ich weiß aus gut informierten Kreisen, das war haarscharf. Der Rahmen war offensichtlich nicht mehr ganz dicht. Das heißt, es war ganz, ganz knapp, dass dieses Ding wirklich ernsthaft beschädigt wird. Das hat jemand, Hasso Plattner, der SAP-Gründer, für 111 Millionen gekauft. Und nicht nur das, der kann sich das auch einfach ins Wohnzimmer hängen. Und dann sehen wir das alle nie wieder. Aber stattdessen stellt das der Öffentlichkeit zur Verfügung. Und ich sage mal so, nach so einer Aktion wird der sich das zweimal überlegen. Und ich möchte gerne weiterhin, nicht nur ich, sondern auch meine Kinder und alle anderen, sollen sich diese großartige Kunst angucken können. Und das wird dazu führen, dass sich natürlich museumsverantwortliche in aller Welt jetzt fragen, auch in Madrid ist es ja auch passiert, Francisco de Goya und so, dass man sich fragt, okay, können wir das noch machen? Oder riskieren wir, dass wirklich Kulturgeschichte der Menschheit beschädigt wird? Es geht einfach nicht. Das siehst du auch bei dieser tragischen Geschichte rund um diese 44 Jahre alte, glaube ich, Radfahrerin, die in Berlin jetzt zu Tode gekommen ist. Das war ja auch dann sozusagen der wirklich ernsthafte Hintergrund, der dann zur Frage geführt hat, wie weit darf Protest eigentlich gehen? Also eine 44-jährige Frau, die unter einen, in Berlin-Bilmarsdorf, glaube ich war das, unter einen Bektongmischer kommt. Ja. Und obwohl, und zur selben Zeit finden in derselben Stadt diese Proteste statt. Es bildet sich ein Stau. Ja. Und obwohl offensichtlich diese Aktivisten der sogenannten letzten Generation... Eine Rettungsgasse gemacht haben, war die zu schmal für das beiste Fahrzeug. Das Fahrzeug, ja, das da sozusagen durchkommen sollte und deswegen sofort sozusagen der Zusammenhang, okay, das ist nicht durchgekommen, weil ihr hier protestiert habt, weil ihr euch angeklebt habt. Und deswegen ist die Frau gestorben. Und deswegen ist diese Frau gestorben. Das ist aber nicht so erwiesen. Das war mutmaßlich nicht so, sondern ich habe das bei den Kollegen der Süddeutschen gelesen und auch anderswo, auch die Kollegen vom Stern, die gerade diese Woche die Titelgeschichte auch zu dem Thema machen übrigens, das ist interessant. Walter Wühlenweber, tolles Stück dazu geschrieben, die sagen, die Notärztin hat schon vorher sozusagen auf weitere Maßnahmen und Anforderungen eigentlich auch von Rettungsfahrzeugen verzichtet, weil ihr klar war, diese Frau, der kann sie jetzt nicht mehr helfen. Ja, und das war auch so, sie war darunter eingequetscht. Das heißt also, man hätte den so schnell in den Wagen erstmal auch nicht verlagern können. Also es kann ja kein normaler Rettungswagen gewesen sein. Genau. Wie dem im Detail ist. Also das ist tragisch, wenn es irgendwie so gewesen sein sollte, dass durch diese Demonstration die Frau gestorben ist. Wie gesagt, es ist nicht wahrscheinlich, aber vielleicht gibt es ja doch irgendeinen ursächlichen Zusammenhang. Jetzt kann man natürlich sagen, das kann ja durch jeden anderen Verkehrsstau natürlich auch passieren. Ich möchte nicht wissen, wie oft in Deutschland irgendwelche Rettungswagen irgendwo nicht durchkommen. Und zwar völlig unabhängig, ob es sich um Berufsverkehr handelt oder ob es sich darum handelt, dass Kurden für Kurdistan demonstrieren oder eine Anti-Putin-Demo ist oder was auch immer. Und was wir hier machen, die Tragik, die darin besteht, dass diese Demo diesen Rettungswagen aufgehalten hat, in irgendeine Verbindung zu bringen mit den Zielen der Demonstranten. Das sind zwei Dinge, die passen nicht zusammen. Denn wenn es eine Demo wäre zu anderen Zwecken, dann hätten wir die Demonstranten vielleicht nicht im gleichen Maße verurteilt. Und das ist sozusagen der Denkfehler. Das sind zwei verschiedene Dinge. Ja, also die Frau starb an den Folgen dieses Unfalls und nicht an den Folgen der Blockade. Richtig. Das glaube ich, kann man so klar und deutlich sagen. Natürlich ist es trotzdem, das ist ja das moralische Dilemma, Richard. Und deswegen finde ich den Fall auch so interessant. Es ist natürlich ein Unterschied, ob ein Rettungswagen im Berufsverkehr sozusagen nicht durchkommt, Menschen auf dem Weg zur Arbeit, Menschen auf dem Weg zu ihrer Existenzsicherung. Oder ob ein Rettungswagen oder in dem Fall ein Spezialfahrzeug nicht durchkommt, weil irgendjemand demonstriert und die Straße blockiert, sich festklebt sozusagen. Und das ja dann in gewisser Weise, weil du ja weißt, in dem Moment, wo du dich hier festklebst, dann kannst du nicht mehr ganz schnell einfach mal die Straße räumen. Das funktioniert überhaupt nicht. Also es könnte am Ende quasi, nimmt man es dann billigend in Kauf. Da haben die nicht drüber nachgedacht. Da haben die nicht drüber nachgedacht. Es kann aber sein, dass eine Folge dessen ist, dass Festkleben nicht mehr erlaubt ist. Das könnte ja passieren. Also man könnte sagen, demonstrieren könnte, aber ihr könnt euch nicht mehr festkleben oder so. Oder anketten. Also dass es dann sozusagen Einschränkungen generell bei Demonstrationen gibt, was man nicht machen darf, um Unfälle zu vermeiden. Aber ich sehe vor meinem inneren Auge, nicht in Deutschland, aber in anderen Ländern, da könnte man wunderbar, könnte man im Iran jetzt sagen, er dürfte nicht demonstrieren, weil er im Zweifelsfall Rettungswagen oder die Feuerwehr blockiert. Also man darf jetzt nicht so weit gehen und das Ganze, also bis zum Geht nicht mehr der ultimativen Sicherheit denken, weil dann finden überhaupt keine Demonstrationen nirgendwo mehr statt. Man könnte aber bestimmte Mittel von Demonstranten, wie das Festkleben zum Beispiel, sagen, das könnt ihr nicht machen. Ist dir das zu radikal, wie das da gerade passiert? Ich meine, der Punkt ist ja, und deswegen ist es ja so interessant, auch mit jemandem wie dir über zivilen Ungehorsam zu sprechen. Also wir sind ja so eine Generation, also speziell auch meine Generation, wir sind ja schon auf eine Art und Weise, das würde ich uns schon so ins Klassenbuch schreiben, sehr angepasst. Wir waren im Wesentlichen mit der Herstellung von Karriere beschäftigt und haben ansonsten uns so durchgewühlt und stehen jetzt vor einem ziemlichen Stamassel. Und jetzt erleben wir, wie diese jungen Leute etwas tun, was uns wehtut, was uns nervt, was uns richtig auf den Keks geht, was uns provoziert. Ja, aber das Ärgerliche ist, dass die sehr, sehr positiv bewertete Klimabewegung jetzt kritischer gesehen wird. Das ist genauso, wie die RAF die Linke diskreditiert hat. Ja, das stimmt. Ja, also das Erbe, die RAF ist ja ein Erbe von 68 und danach war das Grunde genommen die ganze linke Bewegung, die irgendwo meinte, man müsse irgendwie die Bundesrepublik reformieren, revolutionieren, verbessern, moralischer machen, was auch immer die Ziele waren. Die war durch den Terrorismus komplett zerstört und davon hat sie sich auch eigentlich bis heute nicht mehr richtig erholt. Also das ist die Gefahr, die da drin steht. Und wenn das passiert, dass wir also die Klimaaktivisten mit diesem Ruch oder dem Verdacht, dass das irgendwie doch Terroristen sind und so weiter umgeben, dann gute Nacht. Also das darf nicht passieren. Die Geschichte des zivilen Ungehorsams ist ja eine lange Geschichte. Wann beginnt die? Ach, wahrscheinlich hat es das gegeben, solange es Menschen gibt. Ja, also ich glaube, das geht wirklich tief zurück bis in die griechische Antike. Prometheus? Ja, Prometheus vielleicht. Also der Rebell, schon etwas mehr als zivile Ungehorsam, würde ich sagen. Also Prometheus, der den Menschen das Feuer gebracht hat gegen den ausdrücklichen Willen von Zeus. Ja, also das ist eher so eine Assange-Tat gewesen. Ich würde das eher damit vergleichen und nicht so sehr mit zivilem Ungehorsam. Wobei, auf eine Art schon, ne? Also, ich meine, das ist ein schmaler Grat, ne? Die Grenze zwischen Rebellentum und dem Ungehorsam. Er ist auch furchtbar bestraft worden von den Göttern dafür. Genau, die Geschichte hat sich mir so als Jugendlicher so eingebrannt. Da fressen doch Vögel von seiner Leber, ne? Ja, genau. Ist festgekettet? Genau. Also es gibt ja zwei solche Fälle. Prometheus, wo also die Leber gefressen wird. Und das andere ist Tantalus, die berühmten Tantalus-Qualen. Und die Moral, der kriegt ja mal Essen und Trinken vor die Nase gesetzt und kommt nicht dran. Und so brutal bestrafen die Götter. Aber eigentlich geht es um Geheimnisverrat. Mit dem Feuer wurden die Menschen ermächtigt. Und das ist das, was die Götter nicht verziehen haben. Dass dadurch die Menschen wie Götter werden konnten. Und deswegen sehe ich das nicht so richtig als zivilen Ungehorsam. Aber das Interessante von zivilen Ungehorsam ist eben also die berühmteste Schrift. Das ist die von Henry David Thoreau. Jetzt sind wir in der Mitte des 19. Jahrhunderts in Amerika. Und das ist auch eine etwas illustre Geschichte. Thoreau war ein leidenschaftlicher Bekämpfer der Sklaverei. Und er hatte Schulden und beim Staat Steuerschulden. Und er hat gesagt, ich zahle euch keine Steuern, weil ihr eine Sklavenhaltergesellschaft seid. Ob das tatsächlich ganz, ganz genau so war, ist ein bisschen umstritten. Weil dazu gehört auch noch, dass er den Krieg der USA gegen Mexiko abgelehnt hat. Der hat aber eigentlich erst begonnen, nachdem er schon ziemlich große Steuerschulden angehäuft hatte. Also man müsste diese Geschichte mal mit der Lupe betrachten. Auf jeden Fall war er ein leidenschaftlicher Verfechter des zivilen Ungehorsams. Dass er gesagt hat, es gibt eine Moral, die wichtiger und höher ist, als die Pflicht, die ich gegenüber dem Staat habe. Und das ist quasi die Rechtfertigungsschrift für zivilen Ungehorsam bis heute. Also nach dem Motto, der Mensch ist erst seinem Gewissen verantwortlich und an zweiter Stelle dem Staat. Und siehst du das auch so? Ja, also ich würde sagen, in ganz großen und existenziellen Fragen. Also es wäre ein Witz, wenn jeder seine Steuerfrage zu einer kleinen persönlichen Gewissensentscheidung macht. Und so, aber mein Gewissen sagt mir. Also man kann damit mit diesem Instrument ja nicht leichtfertig umgehen. Aber sagen wir, auf einer ganz großen existenziellen Ebene ist der Satz nicht verkehrt. So, und da hast du doch die Verbindung zur sogenannten letzten Generation. Ist es ein Unterschied, ob jemand sozusagen einen Stau im Berufsverkehr verursacht, mit allen dramatischen Konsequenzen, die das haben kann? Selbst wenn es in diesem Berliner Fall jetzt nicht so war. Es kann ja sein, dass es demnächst genauso eintritt. Ja. Das kann ja passieren. Ja. So, ist es ein Unterschied in der Härte des Protests, wenn es um die Frage geht, wofür oder wogegen demonstrierst du eigentlich? Wofür kämpfst du eigentlich? Also kämpfe ich gegen eine Maskenpflicht in der U-Bahn und klebe mich im Berufsverkehr fest? Oder kämpfe ich, weil du gerade sagst, die ganz großen Sachen und schlicht und ergreifend um die Weiterexistenz der Menschheit? Stichwort Klimaveränderung. Und das ist deren Anliegen. Und deswegen sagen sie, müssen wir auch radikal sein, weil ihr hört uns ja nicht. Ihr macht ja einfach immer weiter. Wie auch der Klimagipfel jetzt in Ägypten gerade über uns wieder zeigt. Also wenn man sich mal anhört, wie Larifari da die Einlassungen so sind. Am Ende ist es doch eine ganz kleine Frage. Am Ende ist es die Frage, ob man sich im öffentlichen Verkehr ankleben sollte oder nicht. Also es ist nicht die Sache, dass man sich aufmerksam macht, auch mit starken Mitteln für eine so wichtige Sache wie den Fortbestand der Menschheit. Das wirst du ja genauso wie ich positiv bewerten. Und dann zu überlegen, welche Mittel können geeignet sein und welche können wegen der mutmaßlichen üblen Konsequenzen, die das haben kann, welche sollte man vielleicht nicht wählen. Also am Ende ist es doch eigentlich eine instrumentelle Frage. Gar nicht eine moralische Frage. Ja. Die moralische, große moralische Frage ist, sich für das richtige Ziel einzusetzen. Und die instrumentelle Frage ist die Frage, mache ich das so, so oder mache ich das anders? Genau. Und da muss ich kalkulieren und das müssen wir ab jetzt machen, seit dieser Unfallgeschichte, einfach mit einbeziehen, ist das das richtige Mittel oder zeitigt die richtige Aktion, möglicherweise Folgen, die keiner gewollt hat und die vermeidbar gewesen wären. Ich meine, klar, ich ahne oder verstehe den Gedanken nur, muss man nicht auch sagen, Protest, ziviler Ungehorsam, der Verstoß gegen die Regeln, der muss uns wehtun, weil sonst bewirkt er nichts. Also ein Protester am Samstagabend gegen 23 Uhr irgendwo am Stadtrand, verträumt am Stadtrand, hat überhaupt keine Konsequenzen. Das ist so, Walter Willenweber schreibt das in seiner Titelgeschichte, das ist so, von der Wirkung her so wie Bachblütentee, da passiert gar nichts. Absolut, absolut. Man erinnere an die Fridays for Future Geschichte. Als das losging, hat man ganz viel gehört von Politikern. Christian Lindner hat das gesagt. Ja, ist ja alles gut und schön, wichtiges Ziel, aber doch nicht während der Schulzeit. Das kann man doch schön am Nachmittag machen, nach der Schule und so. Ja, dann tut es keinem weh, dann fällt es keinem auf. Dann ist es einfach eine schöne, ist auch eine Bachblütentee-Aktion. Nur dadurch, dass es mit Schulschwänzen verbunden war, hat es überhaupt die Aufmerksamkeit gekriegt. Nur dieses Schulschwänzen führt jetzt nicht dazu, dass mutmaßlich Leute im Verkehr ums Leben kommen. Das ist eben das, was man sich überlegen muss. Also man muss irgendwo dahin gehen, wo es wehtut, aber wehtun im übertragenen Sinne und nicht im wirklichen konkreten Sinne. Ich meine, wenn man da mal so in die Vergangenheit guckt, da hat ja ziviler Ungehorsam immer wieder auch Dinge adressiert, die viel klarer und viel genauer adressiert werden. Und deswegen bin ich da auch bei dir, wenn du sagst, Kartoffelbrei auf Monet ist, ist albern. Ja. Ankleben im Berufsverkehr, da geht es natürlich genau unmittelbar um die Kausalität. Also was verursacht CO2 und wo gesetzen wir da an? Ja, deswegen ist die Idee ja erstmal nachvollziehbar. Genau, was dahinter stand, dass die Idee ist, nicht albern im Gegensatz zum Kartoffelbrei. So, wenn du dir mal die großen Proteste in den 80er von Greenpeace anguckst, diese Boote, diese kleinen Schlauchboote, die gegen irgendwelche Öltanker dann da anfahren. Oder diese, erinnerst du dich an diese Tanker von Kronos Titan, die in der Nordsee, haben die immer Dünnsäure verklappt. Tonnenweise, hochgiftiges Zeug, Dünnsäure verklappt. 89 wurde das verboten. Also das hatte einen Effekt, aber das war auch klar adressiert. Da war sozusagen dieser Kampf David gegen Goliath, es war klar, da sind diese Schiffe, die haben sich nicht im Berufsverkehr irgendwo angeklebt, die haben nicht irgendwelche Botschaften beschmiert oder Kunstwerke beschädigt, sondern die sind da rausgefahren und haben sich genau dem, exakt dem gestellt. Das ist ein Unterschied. Deswegen ist ja die Geschichte des zivilen Ungehorsams so interessant, aber auch diese juristische Konsequenz. Vielleicht können wir da gleich nochmal tiefer einsteigen. Du warst vorhin bei Thoreau, Richard. Gibt ja noch andere berühmte Beispiele für zivilen Ungehorsam. Jeder kennt die Gandhi-Geschichte. Martin Luther King. Genau, Gandhi, der 1930 diesen Salzmarsch, die Eltern erinnern sich noch. Gucke zu dir. Das war das Ende des Kolonialismus. Ja, also das war der lange Weg des Ausstiegs in den Kolonialismus. Kannst du das mal kurz erklären, was da war? Naja, also nicht alle waren dabei. Ja, also grundsätzlich, also Indien war englische Kolonie und ehrlich gesagt, wenn man mal sich die Todeszahlen anguckt und die Verbrechen, die die Engländer in Indien begangen haben, das ist eines der am wenigsten beleuchteten Schauerkapitel des Jahrhunderts. Ja, wirklich, ja. Und Gandhis Weg war ja eben nicht in Form von unausgesetzten Kämpfen, Rebellionen oder Sabotageakten, was ja viele gemacht haben in Indien, gegen die Besatzer vorzugehen, sondern in Form des zivilen Ungehorsams, ja, also der kollektiven Arbeitsverweigerung, das Nicht-Mitmachen und so weiter. Und der ist ja mit diesem Weg erstaunlicherweise eben erfolgreich gewesen. Das ist deswegen so spektakulär, weil es so selten vorkommt. Es gibt nicht viele Beispiele, wo ziviler Ungehorsam so mächtig geworden ist. Man kann ja sagen, auf eine ganz indirekte Art und Weise in Spurenelementen vielleicht in der DDR. Also der Zusammenbruch war ja eben auch diese friedliche Revolution, war ja eben auch keine der bewaffneten Rebellionen, sondern so dieses Gefühl, die Regierung verliert ihr Volk. Sodass wir ja eigentlich in unserer Geschichte mit zivilem Ungehorsam sehr viel positive Erfahrungen gemacht haben. Ich war übrigens auch mal ganz indirekt dabei, da ich ja zu dieser Generation Friedensbewegung und so weiter gehöre, haben wir so Menschenketten auf Autobahnen gebildet. Da warst du mal dabei? Ja, bei der Menschenkette. Das war gar nicht, weil wenn ich das heute noch wüsste, also ich bin ja in Solingen aufgewachsen, das war irgendwo Nordrhein-Westfalen und ich meine, das wäre auch eine Osteraktion gewesen und da ging es darum, eine Menschenkette zu bilden entlang der gesamten Autobahn. Das hat nicht so ganz funktioniert. Ich weiß, die Risse immer wieder ein bisschen ab und so, aber so fast funktioniert. Das war jetzt innerhalb dieser Sache jetzt nicht die größte und spektakulärste Aktion, auch nicht die, an die sich alle noch erinnern. Und ich weiß gar nicht, wie legal das war, weil natürlich an diesem Sonntag ja eigentlich Autos da fuhren. Und die konnten dann da natürlich nicht fahren. Also das glaube ich nicht, dass die Polizei die Straßen abgesperrt hat, damit das sein kann, sondern da musste man sich eben damit abfinden, dass man nicht Autofahren kann, weil es diese Menschenkette gibt. Spektakulärer und berühmter, da war ich nicht dabei, sind es diese Sitzblockaden gewesen. Da waren Leute wie Heinrich Böll, glaube ich sogar, beteiligt. Und Rudolf Scharpin, die haben die Zufahrtsstraßen zu den Atomraketendepots der Amerikaner in Mutlangen blockiert, damit die da nicht durchfahren konnten. Oder es gab es doch später bei den Kastor-Transporten. Jeder Kastor fuhr dann im Schritttempo durch Deutschland. Ja, genau, weil überall eben die Leute auf der Straße waren oder die Bahnschienen blockiert haben, müssen weggetragen werden und sowas alles. Es gibt ja eine lange Tradition dieses zivilen Ungehorsams, aber weißt du, was mich gerade beschäftigt? Aufgrund des Einstiegs, was du am Anfang gesagt hast, damals war das nicht so ein Riesenaufreger. Also ziviler Ungehorsam gehörte, würde ich sagen, in den 70er, 80er Jahren irgendwie auch dazu. Und hatte eine ganz andere Dimension. Wie lange haben wir aber bei uns inzwischen keinen mehr gehabt? Und deswegen wirkt ziviler Ungehorsam heute viel ungeheuerlicher. Ja, genau. Als es das über sehr lange Zeit gewesen ist. Das ist wahr. Das meine ich. Ja, ich glaube, wir leben ohnehin in einer Gesellschaft, wo diese Haltung nicht aus der Norm zu fallen, nicht verhaltensauffällig zu werden, um keinen Shitstorm zu kassieren, um sich nicht angreifbar zu machen. Das hat ja sehr, sehr stark zugenommen gegenüber früher. Ja, ich meine, wenn du mal, also ja, hast du recht. Und du merkst auch, wie jeder das sozusagen auch dann sich nimmt, um dann seine eigene Agenda abzuarbeiten. Dobrindt haben wir schon erwähnt. Ja, da gibt es viele Wege dazwischen. Ich fand es sehr souverän, wie der Kanzler damit umgeht. Und du merkst, das kommt ja aus einer Haltung heraus. Also zu sagen, Leute, ich habe nichts gegen Proteste, weil wir als Demokratie diese Form von Öffentlichkeit auch brauchen. Ja, aber seid mal ein bisschen kreativer. Lasst euch mal was anderes einfallen. Man könnte auch sagen, ist so ein bisschen von oben herab, so nach dem Motto, so paternalistisch. Papa klopft die immer ganz kurz so ein bisschen auf und streichelt die über den Kopf und sagt, komm, jetzt seid mal ein bisschen kreativer. Ja, aber wenn die Aktionen, siehe Kartoffelbrei, infantil sind, dann muss man auch damit rechnen, wie ein Kind behandelt zu werden. So, ganz genau. Aber grundsätzlich, dieser zivile Ungehorsam, weißt du, welche Geschichte mir, wie ich neulich irgendwie abends beim Vorlesen stießen, wir darauf, Rosa Parks. Die Frau im Bus. Genau. Die Geschichte hat mich wahnsinnig berührt. Und ich hatte den Namen vorher schon mal gehört und so weiter, aber man kennt Martin Luther King und man kennt Gandhi und all diese Leute und man kennt die Weiße Rose und so. Aber man kennt nicht unbedingt Rosa Parks. 1955, 1955, Südstaaten, Alabama, eine Afroamerikanerin, eine Schwarze, die im Bus fährt und sich weigert, nach Aufforderung durch den Busfahrer aufzustehen, um für einen weißen Fahrgast Platz zu machen. Eine Wahnsinnsgeschichte. Und das war sozusagen die Initialzündung für Martin Luther King, einen jungen Aktivisten namens Martin Luther King, den damals keiner kannte. Und der dann diese Busaktion in Montgomery, in Alabama, ins Leben gerufen hat. Ich habe mir das nochmal angeguckt. 381 Tage hat er zum Boykott der Busse in Montgomery aufgerufen. Und zwar so lange, bis die Busgesellschaften irgendwann eingeknickt sind und gesagt haben, okay, das können wir so nicht mehr machen, weil der wirtschaftliche Schaden so groß wurde, dass sie schlicht und ergreifend in die Knie gegangen sind. Und das ist eine irre Geschichte, mich wahnsinnig berührt. Was ist die Aktion zivilen Ungehorsams, von der du sagen würdest, das hat mich geprägt, das geht mir nahe, das ist das, was ich im Kopf habe, wenn ich an zivilen Ungehorsam denke? Ja, vielleicht habe ich so die Leute, die im Dritten Reich Widerstand geleistet haben. Du hast die Weiße Rose erwähnt, das ist ja ziviler Ungehorsam häufig gewesen, indem man militärische Infrastruktur oder Infrastruktur unter Einsatz seines Lebens zerstört hat. Das waren ja häufig so Arbeiterkinder und sowas, die das gemacht haben. Wir denken beim Widerstand gern an Stauffenberg oder so, aber es gab ja auch diesen ganz Kleinen, der nicht von großen Militärs gemacht wurde oder so, sondern die ihr Leben riskiert haben, Munitionslager hochgejagt haben und so weiter, um den Krieg zu verkürzen. Das sind so Geschichten gewesen, die mich in meiner Kindheit und Jugend stark geprägt haben. Ja, ich meine, dieser Satz habe ich schon mal erwähnt, mein Sohn, der mir immer mal sagte, Papa, Menschen, die an der richtigen Stelle für eine gute Sache die Regeln brechen, sind das Juweli einer jeden Gesellschaft. Ja. Das ist wahr. Und das Spannende ist immer, sich die Frage zu stellen, warum gibt es Menschen, die das tatsächlich tun? Ja. Ja, weil der Konformitätsdruck ist wahnsinnig hoch und für mich ein faszinierendes Bild zivilen Ungehorsams ist Edward Snowden. Also hinzugehen und ohne, dass er irgendetwas davon hatte, sondern im Gegenteil. Danach war ihm völlig klar, er wird ein sehr, sehr schwieriges Leben haben, wenn er überhaupt alt wird. Und dann hinzugehen und zu sagen, ja, aber was wir hier machen, das geht nicht und das muss die Öffentlichkeit erfahren. Ich meine, das ist schon eine unglaubliche Heldentat. Irre. Ich habe mich so oft gefragt, Edward Snowden, warum macht er das? Ja. Und das war so jemand, der unauffällig ist. Ja. Der kein Narzisst ist. Assange ist sicher ein starker Narzisst, sicher ein großer Unterschied. Aber Edward Snowden ist der ganz nette Junge von nebenan. Total. Das hat mich zutiefst beeindruckt. Und mich beeindrucken natürlich auch die Nawalnys dieser Welt. Und all diese Leute, die ihr Leben riskieren oder in Sibirien da im Arbeitslager schmachten. Für die Sachen, die sie für richtig haben und die keine Verbrechen begangen haben. Und die wissen, dass der Unrechtsstaat mit aller Härte gegen sie zuschlägt und die es aber trotzdem tun. Die Journalistin im Iran, die als erste über die junge Kurdin berichtet hat, die totgeprügelt worden ist offensichtlich, weil sie ihren Hijab nicht richtig getragen hat. Auch die sitzen dann alle im Knast. Und die wissen, was sie riskieren. Ja, und dir geht doch noch die Gefahr an, dass die Angehörigen alle in Sippenhaft genommen werden und so weiter und so weiter. Und das musst du ja auch vor deinem Gewissen dann verantworten. Und dass es dann trotzdem Menschen gibt, die trotzdem sagen, ich muss das tun. Ich weiß nicht, wie viele unter tausend das sind. Also das wird man auch nie rausfinden. Ja. Aber das ist in der Tat hoch beeindruckend. Ja, also nur ein kleiner Exkurs sozusagen, weil du gerade auch das Dritte Reich, das sogenannte, angesprochen hast. Ich meine, ich frage mich ganz oft, wenn wir heute so kommen und sagen, wie konntet ihr nur? Was habt ihr da bloß gemacht? Ich weiß nicht, wie wir uns verhalten hätten, weil wir da drin gewesen wären. Ziviler Ungehorsam. Ich weiß nicht, ob ich mich das getraut hätte. Also wenn man das ganz realistisch betrachtet, wäre ich ins Exil gegangen. Ich wäre nicht derjenige gewesen, der nachts Eisenbahngleise gesprengt hätte oder Munitionslage hätte hochgehen lassen. Sondern ich hätte gedacht, ich muss das tun, was ich am besten kann, ins Ausland gehen und versuchen mit Texten einzuwirken. Aber ein solcher Held wie diese Leute, über die wir gerade gesprochen haben, wäre ich nicht. Das weiß ich auch ganz genau. Und es ist so viel leichter, dann erstmal in die Schweiz zu gehen und Texte gegen die Nazis zu verfassen und so weiter, als tatsächlich sein Leben auf die Art und Weise zu riskieren. Also ich glaube, da würden viele Leute ihren Heldenmut gigantisch überschätzen. Wenn sie tatsächlich in der Situation sind, wären die Allerwenigsten zum Helden. Das glaube ich auch. Und man sollte es ihnen auch nicht vorwerfen. Das ist der entscheidende Punkt. Ja, man kann es ihnen nicht vorwerfen, weil 99 Prozent und noch mehr der Menschen ja auch so sind. Und dieser Gedanke, sich anzupassen. Ich meine, unser Leben besteht ja sehr weitgehend daran, dass wir uns Umständen anpassen, um innerhalb dieser Umstände gut durchs Leben zu kommen. Und jemand, der hingeht und alles aufs Spiel setzt, alles riskiert, nicht nur sein Leben, das seiner Angehörigen. Das ist schon irgendeine ganz spezielle psychische Disposition. Und ich weiß nicht, ob die gut erforscht ist. Aber es wäre interessant. Ja, total. Deswegen glaube ich, sind vielfach auch Menschen genervt von diesem moralischen Absolutheitsanspruch einer Greta Thunberg zum Beispiel. How dare you? Wie könnt ihr es wagen? Ich habe dieser Tag ein interessantes Interview mit einer jungen Aktivistin, Klimaaktivistin aus Marokko gelesen. Marokko ist ein unglaublich faszinierendes Land in dem Zusammenhang. Bis 2030 werden die über 50 Prozent des kompletten Energiebedarfs aus, in dem Fall Sonne, Photovoltaik generieren. Das ist eine Riesenerfolgsgeschichte. Ausgerechnet auf dem afrikanischen Kontinent, der für, auch das so eine Zahl ist, so die Zahl der Woche für mich. Weißt du eigentlich, für wie viel Prozent des CO2-Ausstoßes der gesamte afrikanische Kontinent verantwortlich ist? Das ist extrem wenig. Schätz mal. Schätzen? Drei, vier Prozent? Drei Prozent. Drei Prozent. Deutschland zwei. Ja, also fast so viel wie ganz Afrika. Überleg mal. Überleg mal. 600 Millionen Menschen in Afrika leben nach wie vor komplett ohne Strom. Die haben keinen Zugang zu Strom. Ich glaube, die ganz große spektakuläre Nachricht jetzt von der Klimakonferenz in Ägypten, die besteht darin, dass wir jetzt etwas endlich machen, was wir bislang nie gemacht haben. Nämlich zu sagen, dass die am stärksten vom Klimawandel betroffenen Länder Reparationszahlungen von denen, die das meiste CO2 in die Luft blasen haben wollen. Das ist ja eine neue Art zu denken. Ja, weil wenn wir die tatsächlich zahlen müssten, wenn wir also hingehen und vor allen Dingen den Ländern südlich der Sahara, Ländern wie Somalia zum Beispiel oder Mali oder so. Wenn wir denen unglaubliche Milliardenbeträge zahlen müssten, für jeden Toten und Verhungerten und für die verdorrten Felder und das alles, dann würde sich unsere ganze Weise zu produzieren nicht mehr lohnen. Und wir können das nur machen, weil wir das alles nicht bereit sind zu tun. Also den Schaden, den wir anrichten, den müssen wir bislang nicht zahlen. Und wenn wir wüssten, dass wir den zahlen müssten, dann sähe die Welt komplett anders aus. Mal abgesehen davon, wie schwierig das pragmatisch wäre, das durchzusetzen und zu machen. Aber wir machen eben da eine faule Rechnung. Und das wird im Augenblick stark thematisiert und zum ersten Mal. Also man merkt, dass die stärksten vom Klimawandel betroffenen Länder ernster genommen werden. Ja, gesagt haben die das schon immer. Aber sie werden endlich ernst genommen. Und wir sind ja bei der Klimafrage inzwischen auf der Ebene des veränderten Bewusstseins angekommen, aber noch nicht auf der Ebene des veränderten Handelns. Das merkst du eben auch in so einem Land wie Marokko. Das ist eine ganz faszinierende Erfolgsgeschichte. Die haben irgendwann einfach Plastiktüten verboten. Ich weiß nicht, ob dir das so klar ist. Plastiktüten waren in Marokko, das war weit mehr als einfach nur eine Plastiktüte. Eine Plastiktüte in Marokko war Teil sozusagen der DNA. Das war Kulturgut. Das haben die einfach verboten. Mit dem Ergebnis, dass Agadir und andere plötzlich saubere Strände haben. Darüber hat diese junge Aktivistin eben gesprochen. Die irgendwann mal mit drei Leuten fingen die an und die sagte, wenn ich das so machen würde, wie eure jungen Klimaschützer, wenn ich so wütend wäre, wenn ich so rumschimpfen würde, wie Greta Thunberg und andere, dann wird das bei mir zu Hause nicht gut ankommen. Da hätte ich sofort Ärger mit meinem Vater und meiner Mutter. Das würde sich niemals gefallen lassen. Wir haben einen anderen Angang, einen viel optimistischeren, menschenfreundlicheren Zugang. Das fand ich sehr interessant. Aber du gehst zu hart mit Greta ins Gericht. Also nicht nur an dem Punkt. Dass sie gesagt hat, wie könnt ihr es wagen. Mir ging es um die Art und Weise wie Richard. Mir ging es nicht um den Inhalt. Ich habe sie oft verteidigt. Aber das junge Mädchen ist nicht der PR-Profi. Das ist kein Obama oder so. Das weiß ich nicht. Mit Scham und Lächeln und so ihre Botschaften verbringen. Also da überschätzt du sie auch. Das glaube ich kann sie nicht leisten. Ich glaube das, was sie geleistet hat, dadurch, dass sie da war und dass sie getan hat, was sie getan hat, hat so viele positive Konsequenzen in der Welt, dass ich nicht glaube, dass wir jetzt ein Psychogramm ihres Charakters anfangen, um was zu finden, was wir nicht gut finden. Nein, nein, nein. Wie gesagt, es geht nur um diesen moralischen Absolutheitsanspruch und um diesen Sound. Und worauf ich hinaus wollte, ist was anderes. Uns nervt das. Es geht uns auf den Keks. Festgeklebte Aktivisten am Montagmorgen in hunderte solcher Aktionen überall in deutschen Städten. Und gleichzeitig bin ich mir manchmal nicht sicher, ob wir verstehen, wie wertvoll eigentlich die Tatsache ist, dass wir das dürfen, dass wir das können. Absolut. Ich sage dir eine kleine Geschichte dazu. Die Klimakonferenz findet ja gerade in Ägypten statt. Seitdem der Sisi da in Amt und Würden ist, tausende, zehntausende Menschen, die einfach in irgendwelchen Erdlöchern verschwinden, Folter, Menschenrechtssituationen, katastrophal. Und in dieser Situation findet das dort gerade statt. Was ich irre fand, war, ich glaube ein junger Inder war es, der wollte die letzten 500 Kilometer zum Austragungsort mit so einem Protestschild, in alter Gandhi-Tradition, einfach da durchlaufen. Großes Plakat in der Hand haben sie sofort eingebunkert, sofort einkassiert, sofort. Und so ging es vielen, vielen anderen auch. Bei uns kleben sich Menschen am Montagmorgen im Berufsverkehr fest und werden nicht sofort einkassiert. Mit einer Ausnahme, es gibt in Bayern ein besonderes Gesetz. Ja, man kann die Leute, glaube ich, auf Verdacht hin oder sowas eine ganze Weile in Polizeigewahrsam nehmen. Das Polizeiaufgabengesetz ist härter als alles andere, was es sonst so in der Republik gibt. Und die können präventiv, das ist das Entscheidende, zweimal bis zu 30 Tage kannst du Leute ins Gefängnis stecken. Eingeführt 2021 diese Präventivhaft und wurde der Bevölkerung vermittelt oder man könnte auch sagen verkauft mit dem Verweis auf brandgefährliche islamistische Attentäter. Ein bisschen unzeitgemäß. Ja, also zumindest irgendwie finde ich die Vermengung dieser beiden Dinge irgendwie schwierig. Also Protest als sehr legitimes und auch legales demokratisches Mittel. Und andererseits islamistische Attentäter, von denen ich auch der Meinung bin, dass man sie dringend ins Gefängnis packen sollte. Das jetzt so zusammenzubringen und die Leute dann notfalls auch zweimal 30 Tage einzubunkern, finde ich schwierig. Ja, finde ich auch schwierig. Merkwürdig, ich habe das gar nicht mitgekriegt. Also es ist ja offensichtlich kein groß skandalisiertes Thema gewesen. Aber es lohnt sich da nochmal genauer hinzugucken. Finde ich. Ja, oder? Du lädst jetzt Markus Söder in deine Salon an und fragst ihn mal direkt, was er sich dabei gedacht hat. Ja, das ist interessant. Und da siehst du aber halt eben auch, und das finde ich interessant, dass wir immer wieder uns da überprüfen und hinterfragen und uns mal wieder klar machen, okay, so sehr es uns nervt, so sehr ist Protest und nervige Aktionen am Montagmorgen auch ein Teil, ein wichtiger Teil dieser Demokratie. Also was ja irgendwie eine wichtige Quintessenz an der Sache ist, ist, dass ziviler Ungehorsam etwas ist, was in einem demokratischen Rechtsstaat möglich sein muss. Genauso wie Demonstrationen, Versammlungen und sehr nervige Aktionen. Das ist alles das, was uns unterscheidet, das ist das, was uns ausmacht und worauf wir zu Recht stolz sind, selbst wenn es im praktischen Fall nervt. Auf der anderen Seite muss ja jeder Mensch diesen eigenen moralischen Ermessensspielraum mit einem relativ hohen Maß an Urteilskraft ausstatten. Weil sonst kann es natürlich passieren, wie in der Corona-Pandemie, dass Leute ganz früh das Gefühl haben, dass das, was passiert, mit ihrem Gewissen nicht vereinbar ist, zum Beispiel eine Maske zu tragen. Da ist das ja häufig gefallen, ne? Ja, und das ist mir nicht plausibel zu machen, weil das aus meiner Sicht eben keine Ungeheuerlichkeit ist, die jemandem zugemutet wird. Und jetzt haben wir das große Problem, dass es natürlich ein subjektives Ermessen dafür gibt, was eine Ungeheuerlichkeit ist oder was zugemutet werden kann und was nicht. Und da haben wir richtig die Schwierigkeit gesehen zwischen den hehren Grundsätzen auf der einen Seite, aber dass eben auch eine Mündigkeit und eine Urteilsfähigkeit da sein muss, die Verhältnismäßigkeit immer zu sehen und sich zu sagen, ist das ein Akt, wo ich jetzt heroisch gegen rebellieren sollte oder müsste? Denk an Jana aus Kassel. Was war mit Jana aus Kassel? Erinnerst du dich an Jana aus Kassel? Nee, ich erinnere mich nicht an Jana aus Kassel. Es gab Jana aus Kassel, das ist eine ganz, ganz berühmte Geschichte, musst du dir bei YouTube mal angucken. Eine irre Geschichte, wo eine Corona-Leugnerin sich genau über die Maßnahmen auf offener Bühne fürchterlich echauffiert und sagt, sie fühlt sich wie Sophie Scholl. Und daraufhin reicht es diesem einen Sicherheitsmenschen, der da steht und er holt sie einfach da weg und sagt, es reicht jetzt, es ist einfach zu viel. Du kannst dich hier nicht hinstellen als Corona-Leugnerin und sagen, du bist eigentlich in der Tradition von Sophie Scholl unterwegs. Ja, das ist eine fürchterliche Beleidigung für Sophie Scholl. Ja, das ist. Aber das Wichtigste, was man ja dafür braucht, ist sozusagen eine so Urteilsfähigkeit geschulte Menschen, die mit dem Begriff Gewissen auch wirklich gewissenhaft umgehen. Genau. Und das ist etwas, wo ich denke, das gehört zu diesen wichtigen Dingen, die man in seinem Leben und in der Schule und was weiß ich, was viel besser lernen muss. Denn am Ende kommt es ja bei allen Fragen des zivilen Ungehorsams auf das Prinzip der Verhältnismäßigkeit an. Und da sehe ich natürlich das Thema Klimawandel, das bei aller Bedeutung immer noch aus meiner Sicht ein unterschätztes Thema ist, weil wir uns überhaupt noch gar nicht ausmalen können. Ich meine, in Ägypten reden wir ja nicht mehr über das 1,5-Grad-Ziel. Ich weiß, dass im Wahlkampf noch die Rede war, ja, Deutschland muss das 1,5-Grad-Ziel und so alles dazu beitragen und so weiter. Jetzt reden wir von 2,5 Grad. Das hat sich schon verschoben und selbst da sind wir jetzt nicht mehr sicher, dass wir das schaffen. Also da sind wir in einer mörderischen Spirale drin. Ja, wir müssen ständig unverantwortbare Richtwerte korrigieren. Das ist schon eine unglaubliche Herausforderung, für die die Menschheit da steht. Ja, ich finde eh, wir sollten so ein Klima-Update demnächst mal machen, Richard, das mich viel mit dem Thema beschäftigt, auch in den letzten Wochen. Das ist beängstigend. Fast die Hälfte des gesamten EU-Gebietes ist mittlerweile Dürregebiet. Trocken, extreme Trockenheit. Wenn du das so hörst, wenn du hörst, wie zum Beispiel rund um Magdeburg, ja, rund um Magdeburg, ich meine, das ist die Kornkammer Deutschlands. Magdeburger Börde. Ja. Da regnet es mittlerweile so wenig, dass die Frage ist, was wächst da demnächst noch? Ja. Wenn du erst mal konsequent zu Ende denkst, kommst du ganz schnell zur Frage, was essen wir denn jetzt eigentlich mal übermorgen dann? Mhm. Was genau? Ja, und wir können uns die Frage noch stellen, was wir essen. Ja. Menschen in Somalia brauchen sich die Frage nicht mehr stellen, die haben nichts mehr zu essen. Ja, genau. Und insofern ist die Frage nach der Verantwortung auch da auch eine mediale Verantwortung. Vielleicht ist das ein gutes Schlusswort, Richard. Du hast ganz am Anfang über Skandalisierung gesprochen, ne? Wir regen uns, auch ich reg mich jetzt über Kartoffelbrei auf Monat ganz fürchterlich auf, statt froh darüber zu sein, dass es überhaupt noch Kartoffelbrei gibt. Aber die Geschichte ist natürlich, wir echauffieren uns ganz fürchterlich über das, was da passiert und verlieren eigentlich das große Thema dabei ganz häufig aus den Augen. Das Thema, um das es wirklich gehen müsste, nämlich diese Menschheitsaufgabe, vor der wir da stehen. Und ich glaube, darüber sind wir uns noch gar nicht so wirklich im Klaren, was da wirklich auf uns zukommt. Ja, das ist das ganz große Problem, wenn es sich um Risiken handelt, die nicht sinnlich anschaulich sind. Ich meine, die Tatsache, dass wir jetzt einen Bewusstseinswandel haben, dass die allermeisten Menschen in Deutschland den Klimawandel ernst nehmen, verdanken wir den abbrennenden Wäldern und in allererster Linie der Flutkatastrophe im Ahrtal. Und dabei haben sich viel, viel schrecklichere Katastrophen zugetragen im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Und jeden Tag führt diese Katastrophe dazu, dass in Afrika Tausende von Menschen sterben. Das ist die reale Dimension dessen, was wir da tun. Und der Bewusstseinswandel alleine reicht nicht. Ich habe das vorhin gesagt, wir brauchen nicht nur Bewusstseinswandel, wir brauchen wirklich einen Handlungswandel. Und das ist das, was tatsächlich de facto nicht passiert ist. Und das auch in dem einen Jahr, in dem die Bundesregierung bisher dran ist, nicht merklich vorangekommen ist, sondern unsere Bilanz fällt da sehr, sehr traurig auf. Wahnsinn. Richard, ich danke dir sehr. Vielleicht hat die alte Frau auf Madagaskar recht, die ich neulich im Deutschlandfunk hörte, die sagte auf die Frage, warum es denn so wenig regnet. Das hat damit zu tun, dass wir Menschen uns nicht mehr richtig lieb haben. Ja, aber vielleicht liegt es tatsächlich daran, dass die Menschen in den reichen Ländern des Westens und des Nordens die Menschen im Süden nicht gut genug lieb haben. Ja, so ist es. Genau. Also in diesem Sinne, Liebe und Harmonie. Wir hören uns. Wir hören uns. Alles Gute dir. Eine Produktion von M2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.